Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Sea of Stars. Jo, weiter geht's hier mit dem echt richtig geilen Game. Ich hab richtig Bock und hänge hier doof rum, weil ich mal wieder auf mein Aufnahmeprogramm geschaut habe. So, wir wollten hier rechts, glaube ich, noch weitere Dornen entfernen. So ist es, ne? Genau. Um dann hier durchzukommen oder so. So irgendwie war der Plan, ne? Glaube ich, oder? Bestimmt. Gucken wir mal, ob dem Ganzen dann so ist. Und da ist noch eine mega krasse Truhe, da sollten wir also gleich zurückgehen. Vielleicht hätte ich das in dem anderen Bereich auch machen sollen. Vielleicht hätte sich da noch was verändert. Das kann ich ja gleich noch machen. So. Was ist mit den Heilern da? Stirbheiler. Und Zombie und so. Ähm, wie machen wir das? Einen Heiler zu unterbrechen, der alle heilt, könnte man eigentlich machen, oder? Dann machen wir den weg. So, Heiler, ein Heiler stirbt. Stirbheiler. So, und jetzt machen wir gleich Demondering drauf. Wir machen dann eh nochmal, äh, mit Valea, ähm, 50 Prozent, äh, 15 Prozent mehr Damage an Untoten. Dann dürfte da gleich alles vorbei sein. Dürfte sich schon recht heftig auswirken, denke ich mal. Weil die hat ja schon guten Damage. Oh, schlecht. Schlecht. Ach, wie dämlich. Ich wollte gerade sagen, die hat ja schon guten Damage gemacht. So gut war der jetzt auch wieder, ne? So, machen wir zuerst mal den ersten Heiler hier weg. Traumhaft. Der macht richtig Laune einfach. Freue mich drauf, wenn wir da vielleicht auch bald mal richtig OP sind. Irgendwie habe ich da Bock drauf. So, Power reinziehen. Hier einmal draufknüppeln. So, wunderbar. Was ist das für eine Giftfähigkeit? Ich will so eine Giftfähigkeit haben. Oder generell möchte ich andere Helden und andere Skills noch haben. Ja, den hauen wir so weg. Ich hoffe, das reicht. Oh, es reicht nicht. Oh, wie dämlich. Ja, gut, alles klar. Die verabschiedet sich. So ist es. Mampf, Mampf. Haut auch immer kräftig rein. Okay. Leider kein Block. Ach, bin ich so gut. Und der hat sich wieder hochgehalten. Aber das reicht nicht. Das kann er nicht abwehren. Genau. Das wäre vielleicht noch ganz gut, wenn man vorher sehen würde, wie viel Damage man circa macht. Das wäre vielleicht noch ganz gut. Nicht nur, ob das schwach oder stark ist, wenn ich das Auge von Jolande nutze, sondern wirklich, wie viel Damage es hat. Konkret macht. So, dann machen wir hier Skills, Sonnenball, Feuer frei. Dann wird der andere gleich so einen kleinen Schuss da auf mich machen. Und hier ist super getroffen. Sehr schön. So, kleiner Schuss. So, und dann steht die Dame nicht auf. Schade. Bitte überlebt. Bitte überlebt. Ja, sehr schön. Weil, jetzt kann ich hochheilen. Kombo. Helfendes Licht. Auf geht's. Und er will oben heilen. Kann er machen. So, alle sind wieder fresh im Schritt. Traumhaft. Und jetzt wird geknüppelt. Knüppel. Sehr schön. Und wir gehen richtig gut aus dem Kampf raus. Kriegen 546 Erfahrungspunkte. Und alles mögliche hier ist befreit. Von Dornen. So, was ist das da? Eine Knochenrüstung. Und da oben chillt auch noch einer rum. So, komme ich da irgendwie hin? Nö. Noch nicht. Das hier sieht auch so aus, als ob man da irgendwann nochmal runter könnte. Müsste. Den Fluss da. Wie auch immer. So. Wie gesagt, die Mitte ist freigelegt. Einmal ausruhen wäre trotz allem sinnvoll, um die MP nochmal voll zu bekommen. Das mache ich mal gerade. Schadet ja nicht. Und wir dürfen die Knochenrüstung nicht vergessen. Gucken wir mal, was die kann. Ausrüsten. Hier. Knochenrüstung. Plus 7, plus 8. Das ist genau das gleiche Effekt wie... Achso, die haben wir gekauft. Genau, wollte ich mich gerade sagen. Das ist doch genau das. Super. Jetzt haben wir sie gefunden. Ja, gut. Ich denke, das spricht trotzdem nichts dagegen, wenn man vorher was kauft. Was irgendwie sinnvoll ist, dass man das dann auch macht. Natürlich hätte ich mir das auch sparen können und einfach warten, bis ich die Ausrüstung finde. Aber ja. Jetzt habe ich mich halt so entschieden. So, gucken wir mal hier überall, ob da noch irgendwie eine Möglichkeit wäre. Ob da irgendwo irgendwelche Dornen weggegangen sind, die zu irgendwas führen. Ist mir zwar nicht aufgefallen beim ersten Mal durchlatschen und scheint auch nicht so zu sein. Nee, hier sind sie dann ja schon weggegangen. Genau. Wobei, da war doch auch was. Achso, ach genau. Das war dieser Opal oder so irgendwas. Azur blauer Dingens Ding. Und dann hier das Skill. Den haben wir ja auch bekommen. Gut, alles klar rum. Dann geht es hier oben für uns weiter. In die Höhle. Ich erkannte es gar nicht als Höhle ursprünglich. Ich dachte, da wäre eine Felswand. Ja gut, egal. Jetzt latschen wir mal hier hoch zu einem Bossfight. Oder sowas. Oder sowas. Da ist er. Der Geistertyp. Hey, warte. Speichern wäre vielleicht noch eine gute Idee gewesen. Ja, scheiße. Ja, woher kommt plötzlich diese Kraft? Wie er abgeht. Und da geht er zur Villa. Werden wir gleich von den anderen zwei Sonnenhelden-Typen, Erwachsenen-Dudes da gerettet. Und wie hießen die nochmal? Oh, keine Ahnung. Keuch, Keuch. Ähm, Sail. Ähm, also so heißt er. Wir haben versagt. Jo. Aber. Der Griff des Eremiten ist zu stark. Die Kapitänin hatte recht. Können wir nicht rein. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Wir können diese Barriere nie durchsprechen. Selbst der Direktor wird ohne Sonnenfensternis nicht zu uns durchkommen. Also geben wir einfach auf. Niemandem ist geholfen, wenn wir umsonst sterben. Du hast recht. Und vielleicht ist es ja nicht zu spät, wenn euch die Läuterung gelingt. Gehen wir fürs Erste zurück. Ich habe diesen Wald satt. Echt jetzt? Oh, oh. Schon wieder einer? Vielleicht ist er wütend, weil wir helfen wollten. Wir hätten zuhören sollen. Oh, Gali. Nein. Gal. Gal, nein. Valea, haltet durch. Das ist nicht fair. Ihr dürft ihn nicht mitnehmen. Oh, krass. Und jetzt kommt die andere Tante und hilft uns. Die Portal-Tante. Hey. Und die hatte Giftangriff, oder was? Ich hatte gehofft, wir treffen uns unter anderen Umständen. Erkläre dich sofort. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe Lähmungsgift benutzt, um den Körper eures Freundes zu betäuben. Sonst wäre er durch dieses Tor gegangen. Na, dachte ich mir gerade, dass das nur eine Betäubung ist. Wenn wir schnell sind, kriegen wir vielleicht einen Seelenstein. Einen Seelenstein. Verzauberte Juwelen, die mächtige Flüche brechen können. Jemand auf dieser Insel nutzt sie, um sich vor der Kontrolle des Eremiten zu schützen. Wenn wir einen bekommen, würde er den Gedankenkontrollzauber auf euren Freund aufheben. Ich kenne deinen Ort, aber... Nun, worauf warten wir dann noch? Hätte ich doch bloß mehr Zeit für Erklärungen. Seel, bist du okay? Ich... Ja, wir müssen einen Seelenstein finden. Bringen wir ihn zuerst zurück zur Taverne. Ja, klar. Ins Gepäck gar kein Thema. Beeilen wir uns hier drüben. Diese Abkürzung wird helfen. Ah, genau, da kommen wir am Schluss da zurück. Eine mysteriöse Assassinen schließt sich der Gruppe an. Die Fragenzeichen-Tante. Die hat ein Piratengewand an. Ein Silberdolch. Armreiftes Geschicks. Erhöht den Bonus von Timing-Treffern und Timing-Blocks um 10%. Oh, nice. Das ist die Kapitänin, Leute. Wenn ich es euch sage, es ist so genial. So, was ist das da jetzt? Klar, ich kann da hochklettern, schon klar. Ist da noch was? Ne. So fies ist dann doch nichts versteckt. Also optisch sieht man meistens dann doch ein bisschen was. Da kannst du zumindest mal erahnen. Zumindest mal bis jetzt. Außer ich bin jetzt gerade an irgendwas vorbeigebrettert, was super heftig war. So, komm her. Jetzt gibt es einen Giftangriff. So, die will ich natürlich mal sehen. Die Fragezeichen-Tante. Kann eine Giftsäule? Giftige Pfeile treffen alle Feinde. Nice. Alle Feinde? Aber irgendwie doch nicht, oder? Was habe ich da gelesen? Äh, Giftsalü. Giftige Pfeile treffen alle Feinde. Desorientieren. Ein gut platzierter Tritt, der die Aktion des Gegners verzögert. Nice. Und hat sogar noch Hammer und Gift als Effekt. Teleportiert sich, um ein Ziel mit einer vergifteten Klinge von hinten anzugreifen. Geil, aber das Desorientieren ist ja mal geil. Das will ich jetzt sehen. So, jetzt wird der mal hier desorientiert. Boah, krass. Direkt zwei An... Boah, das ist krass. Ey, die braucht MP. Die Tante braucht MP. Okay, das ist ja wohl mega geil. Da gewinnt man ja mega viel Zeit. Das finde ich nicht schlecht. Das ist cool. Ich bin gerade mega begeistert. So, und jetzt Valea kann da nochmal reinbuttern. Jo, dürfte eventuell sogar reichen. Sehr schön. Gut, 27 Schaden. Ich weiß nicht, wie viel sie aushält. Bla, bla. So, Desorientiere. Mal ja, jetzt fehlen schon die MP, ne? Die braucht MP, die Tante da. So, ansonsten. Jo, hat auch einen Schwertangriff. Okay. Jo, da machen wir das doch mal. Jo, schön. Auch eine coole Animation, wie ich finde. Oh je. Schlechtes Timing. So, Skills. Wie sieht es eigentlich mit den Kombos aus? So einen Wendeschlag können wir machen hier. Jo, mach mal. Besser hätte ich es eigentlich mit der... Ja, komm, ist egal. Besser mit Valea gemacht. Ja gut, hat auch so gereicht. So, und ansonsten. Valea, du kannst dann mal deinen Sichelbogen auspacken und hier mal draufkloppen. Ja, oder so. So, kriegen wir den noch down gemacht? Wäre ganz geil. Was hast du denn für ein Element? Achso, Gift-Element. Ah, jetzt hat die da auch Gift drauf. Warum hat dann eigentlich Gal gar keinen Effekt? Der braucht doch auch irgendeine Magie-Geschichte da. Kann doch nicht wahr sein. Dass der als einziger da nichts hat. Wahrscheinlich wird das story-technisch noch irgendwann relevant. Was Gal denn hat und nicht hat. Sind die jetzt alle auf einem Level oder was? Ist die auch Stufe 7? Alle sind Stufe 7 oder was? Und wie sind die dann eigentlich? Oh, das da könnte interessant sein, was da links ist. Ob da links was war? Also hier kann man bestimmt paar Mal hoch und runter über den Fluss und dann vielleicht noch was finden, wenn man rechts oder links irgendwo aussteigt. Könnte sein, muss nicht so sein. Ach, schade. So. Was ist eigentlich mit dem Gift-Angriff? Macht ihr dann Verzögerung? Also irgendwie noch Schaden oder was? So, da würde ich sagen, auf die Heilung können wir wieder verzichten hier. Tritt. Also ist da irgendwie noch ein Gift-Effekt? Also dass da irgendwie der Gegner Schaden nimmt oder sowas? Keine Ahnung. So, machen wir einen Mond-Durang. Ja, das sollte eigentlich alles... Oh Gott, wenn da ein paar Stampf-Angriffe kommen, dann muss ich jetzt aufpassen, ne? Ich darf die Gegner hier nicht alle unterschätzen. Also der Gift-Effekt macht ja auch wirklich Schaden über Zeit oder sowas. Vielleicht, wenn ich den Nahkampf-Angriff dann ziehe oder was auch immer dann mache. Keine Ahnung. So, hier. Heiler wird unterbrochen bzw. vernichtet. Wunderschön. So, jetzt kriegen wir hier auf den Sack. Super. Ja, alle sind mega angeschlagen, aber das halten wir schon durch. Ich versuche die Kombo vielleicht auf die zweite Stufe zu bringen oder sowas. Dass wir halt dann die Heilung ziehen können oder so. So, hier. Gib dir Gift. Gift. Gift-Effekt. Yay. So, verwundbar. Ne, ist einfach nur ein Effekt oder was? Oh, war ja... Okay, da fällt einer um. Das ist nicht so gut. Ja, aber trotzdem, der kann nicht beide gleichzeitig angreifen. Ist also kein Problem. Gleich heilen wir uns hoch oder so. Aha. Timing. Äh, geblockt und so, ne? Ja, mach mal. Gegen Gift sind sie auf jeden Fall anfällig, die Dudes da. So, eventuell... Naja. Klappt's trotzdem nicht, wie ich das gerne hätte. Sind alle mega angeschlagen. Gott sei Dank stehen wir so, wie wir stehen. Ist das jetzt... Ah, gut, okay. Sie ist wieder aufgestanden. Ja, gut, das reicht nicht ganz. Komm, da hauen wir halt hier so eine Kombo rein. Was soll's. Auch wieder auf Nahkampf. So. Egal. Oh, der lebt ja noch. Warum lebst du noch? Das war so nicht geplant. Ah, schöner Block. Geht doch. Da ist er trotzdem down. Da ist er down. So, ähm. Und da hauen wir weg. Und jetzt müsste es eigentlich gleich auch ein Level abgeben oder so. Ah, bald. Okay. Auch gut. So, und jetzt heilen wir uns mal hoch. Ja, ist schon cool. Irgendwie macht er irgendwie richtig Laune. So, heilendes Licht. Alle ein bisschen leben. Sehr schön. Gut. Natürlich könnte ich auch die Items verwenden. Könnten wir eigentlich mal machen. Soll ich das machen? Keine Ahnung. Wir gucken mal, ob noch eine Gegnergruppe überhaupt kommt. Könnte sein, dass wir jetzt schon fertig sind. Hier ist rechts oder links irgendwas, wo ich hoch oder runter kann. Vielleicht ist hier auch nirgendwo was. Keine Ahnung. So, da sind auf jeden Fall noch ein paar wunderschöne Pilze. So, was haben wir hier noch? Ah, gut. Okay. Wir haben noch eine Gruppe. Und die hauen ja auch böse rein. Komm, da gehe ich jetzt kein Risiko ein. Heile die ganze Gruppe da hoch. Und dann gibt es einen Backstep. Und dann gibt es gleich ein Level ab. Sehr schön. So, und jetzt versuchen wir mal sinnvoll zu spielen. Wie sieht es aus? Gegner stehen doof. Das ist dumm. Gehen wir mal wieder auf den Heiler, würde ich sagen. Wir machen nochmal die gleiche Taktik mit ihr. Machen wir das Desorientieren. Dann kriegt er nochmal den... Genau. Vier Runden, wo er warten muss. Das ist halt mega krass, finde ich. Das finde ich schon geil. Das ist taktisch schon mega geil, dass man das so nutzen kann. Gut, okay. Jetzt kommt halt das Mampf, Mampf. Das nervt. Okay, wieder super krasses Timing. Und dann machen wir hier Monderang. Und dann war es das schon mal mit einem Heiler. Der ja genau in der Runde jetzt geheilt hätte. Also es ist schon sinnvoll. Dann bei Bossen oder so. Wenn man dann super viel Magie hat und oft die Bosse da zurücksetzen kann. Wie krass ist denn das? Oh, das war schlecht. Oder wenn man einfach... Stimmt, ein Boss. Das ist jetzt nur angenommen. Es kommt ein Boss, der macht da irgendwie eine super Attacke. Will er da aufladen. Also kommt jetzt ein Level ab. Will da eine super Attacke aufladen. Und man geht dann hin. Macht das Desorientieren. Ein anderer Held gibt dann wieder ein MP-Item zum Beispiel. Eine MP-Heilung. Auf hier die Fragezeichen-Tante. Und dann... Ja, und der andere Held kann wieder angreifen oder sowas. Keine Ahnung. Klar, es haut auch nicht ewig hin. Aber nur so rein theoretisch jetzt. Ja gut, egal. So, hier können wir Lebenspunkte machen. Magischer Angriff. Magieverteidigung. Physische Verteidigung. Okay. Kommt also nur Lebenspunkte oder Magieangriff in Frage. Magieangriff. Haben wir ja gelernt. So, dann haben wir hier physische Verteidigung, Magieverteidigung, magischer Angriff oder die MP. MP ist noch absolut seine Schwäche und wir wissen noch nicht, was bei ihm kommt. Magischer Angriff. Ja, wir wissen noch nicht, was kommt. Ja, komm. Dann machen wir Mana-Punkte. Das denke ich mal sinnvoll. So, dann hier die Fragezeichen-Tante. Magieangriff. Ja gut, bei ihr Magieverteidigung, physischer Angriff. Ne, auch magischer Angriff, ne. Würde ich sagen. Ja, die hat auch viele Skills schon. Die bestimmt auch ganz geil sind. Jo, magischer Angriff. Alles klaro. Mega nice. Bei ihr wäre ich sogar fast für Lebenspunkte, wenn da was ist. Da ist was. So, die zwei Verteidigungsarten nicht. Physischer oder Magie. Äh, oder Lebenspunkte. Sie hat echt wenig LP, finde ich. Auch wenn sie gerade aufgestiegen ist. Hm. Einmal LP. Was soll's. Lebenspunkte. Yeah. So, wunderbar. Wie sieht es jetzt hier aus? Wunderschön, finde ich. Wunderschön. Ja, haben die mal ein bisschen Lebenspunkte und so. Wunderbar. Ja gut, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Macht mega Laune, der ganze Spaß hier. Und, was ist das? Eine Kartoffel. Traumhaft. Und ich, ja, jo, ich freue mich drauf. Macht absolut Laune das Ganze. Wir haben Gal noch im Gepäck. Ist ja wohl easy und klar. Und da geht's wieder runter. Ja, und dann sind wir wieder dort, wo wir hinwollten. Alles klar. Jo, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.